Meine Damen und Herren, Radio Z95,8 präsentiert ein Zugabespezial der lokalen Leidenschaften. Die Radio ZK-Session live aus dem Studio 1 am Kopernikusplatz. Begrüßen Sie mit uns. Sorry, James! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ja, ja Dankeschön. So, wir machen jetzt weiter mit einem Song. Zudem haben wir auch ein Musikvideo gedreht. Also wenn ihr mal auf YouTube geht und Sorry James Lost eingebt, dann könnt ihr dieses schöne Musikstück anschauen. Ja, und jetzt die ganze Sache in Akustisch. Viel Spaß damit. Entschuldigung, dass ich so viel lache, aber es geht normalerweise nie so gewählt. Die gesetzte Stimmung hier. Die gesetzte Stimmung? Ist dir das peinlich? Was für ein Pannen. Hoppale. Das war Lost. Viel Spaß. Das war die nächste Saison. Ja. Das war die Saison. Untertitelung des ZDF, 2020 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 architects Allgemein mit Menschen. Wo ist denn jetzt mein Getränk gelandet hier? Jetzt gibt es eine Premiere eigentlich. Tatsächlich, du hast recht. Ja, also den Song haben wir noch nie in akustisch in irgendeiner Form gespielt. Und auch noch nie allgemein veröffentlicht. Ja, genau. Das ist quasi so eine richtige Premiere. Brand new stuff. Ja. In dem Song geht es um ein Feuer, das ganz hell brennt. Und dann geht es aus. Aber dann ist es vielleicht doch noch an. Okay. Ja. Der Song heißt Flames. Ja. 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 Ja, das stimmt. Willst du die hier? Nein, ich nehme die andere. Willst du jetzt auch wieder nach hier? Ja, am besten will ich schon mal. Logistisch ist etwas sehr schwierig. Aber wir kriegen das hin. Wir können das. Kein Wunder, bei vier Bandmitgliedern und dem Orchester das hin. Ich lege den mal da runter, ja. Ist das die Pause, oder, Timon? Ja, du kannst schnipsen. Okay, ja. Zweite Premiere. Wir haben noch einen neuen Song am Start. Und den spielen wir jetzt. Der heißt Solid Ground. Viel Spaß damit. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, ich bin eher so der Situationstyp. Ja, na dann. Sometimes I wanna let go I'm all responsibility I know I shouldn't be complaining at all But yeah, that's how I feel Tonight we sleep tight Blinded by dreams We still believe We've come to life We fight Keep hope inside We fail to see Our routine is our demise Sometimes I wanna let go Of my ambition to succeed To get rid of the ex-aspiration That comes with everything I could not achieve Tonight we sleep tight Tonight we sleep tight Blinded by dreams We still believe We come to life We fight Keep hope inside We fail to see Our routine is our demise Tonight we sleep tight Blinded by dreams We still believe We still believe We come to life We fight Keep hope inside We fail to see That our routines are demined Tonight We sleep tight Blinded by dreams Still believe We come to life We fight Keep hope inside We fail to see That our routines are demined Vielen Dank! Wir waren Sorry James Wer? Sorry James waren wir Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht Dann kommen wir wieder gerne her Dankeschön! Danke vor allem nochmal an den Timon Wir applaudieren für Timon Radio Z Radio Z Lokale Leidenschaften Stimmung Zugabespezial Lokale Leidenschaften Die Radio Z Car Sessions Live aus den Studios am Kopernikusplatz Live aus den Studios am Kopernikusplatz